Große Polizeiaktion in Limbach. 50 Beamte des Polizeipräsidiums Westhessen und der Bereitschaftspolizei nahmen am Mittwoch Befragungen der 250 Haushalte von Limbach vor, um weitere Erkenntnisse zum Sexualstraftäter zu bekommen, der am Freitag ein elfjähriges Mädchen missbraucht hatte. Mittlerweile wurde seine DNA gesichert und die siebenköpfige AG Limbach geht über 100 konkreten Hinweisen nach. Quindi, komm! .